Servus Leute, da bin ich schon wieder mit einem Kletter-Test-Video und zwar Asphalt 8 Und zwar im Mehrspieler-Modus Mit Werbung, natürlich, so muss das Wir tun mal im Raum beiträte Klassisches Rennen In Dubai mit 2 Runden 3 Runden haben die meisten gestimmt Ok, 2 Runden 3 Runden Ja und, wie sieht es aus? Das Rennen geht los, oh guck mal da die Wind-Serie Die muss ich halten Die muss ich halten Leute Auf, auf, auf los Das muss ich machen, damit ich nie Druck kriege. Zacken, da habe ich volles Nitro, jetzt ziehe ich einen Streber. Die hat doch bestimmt jetzt eine bessere Welt genommen, oder? 100 pro. Wie wilder bin ich überhaupt? Fünfter. Position 5 und 6, wow. So gut. What? Wo, warum? Aber trotzdem bin ich drin. Entweder sind die Scheiße, oder ich weiß auch nicht. Ich war nur entlang. Ich bin erst... Ne, jetzt wieder. Entweder hat der Typ den übelsten Hänger mit seinem Internet, oder ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall geht er aber gerade ein bisschen gegen den Strich. Aber saugut, ey. Oh, ich weiß nicht. Wenn unser Bereich ist. Die Frage ist nicht so gut. Das ist schön nach Hause. Wie ist denn das? Da bin ich vor. Da bin ich nicht. Ich trage. Das ist gut. Das ist gut. Ich trage. Ich trage. Ich trage. Die Frage ist gut. Ich trage. Ich trage. ... ... ... ... ... Hopp Hauptsache die Finish Line muss passern ... mit der wir sind abkacke mit der wette abkacke die war doch nicht da hier bin ich erstaunen BAM ALTER! In your face! Und wieder Werbung. So Booster ist dominiert. Gehen wir mal aus dem Bärspiel da raus. BAM Junge ALTER! ZACK! So, ich würde jetzt aber wissen, das war's weit. Falls euch gefallen hat, los den Däumchen zu. Und in dem Sinne wie gesagt, bleibt früchig und servus!